Ja, Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Outlast. Ähm, ich bin hier im Aufenthaltsraum. Da habe ich aufgehört. Und, ey, was ist das hier? Ich muss ins Kino. Mich hier nochmal kurz umgucken, weil hier habe ich irgendwie nicht so richtig geguckt beim letzten Mal. Ähm, aber, was ist das? Billardkugel. Ähm, ja, ich soll ins Kino gehen. Und ich habe mal geguckt, auf Steam steht, ich habe das Spiel jetzt schon 6 Stunden gespielt. Das heißt, allzu lange kann es ja nicht mehr dauern, weil eigentlich, also wenn man pro ist, soll man für dieses Spiel eigentlich nur so... Soll man für dieses Spiel eigentlich nur so 4 Stunden brauchen. Weil ich mich aber hier permanent kriechen und wie ein Schisser fortbewege, dauert das alles bei mir tausendmal länger. Das glüht, guckt mal. Eine Batterie! Jawoll! Ich liebe Batterien! So. Ein Spind zum Verstecken. Das gefällt mir nicht. Abgeschlossen, gut, da müssen wir die Leiter benutzen. Obviously, ja. Ähm, ich muss da gleich mal, äh, etwas, äh, etwas fragen, euch. Und zwar, es gibt jemanden, der ein paar meiner Outlast-Folgen gedisliked hat. Und, ähm, da würde mich doch einfach mal interessieren, falls derjenige jetzt zuschaut, mir doch vielleicht mal in die Kommentare, oder wenn er es nicht unbedingt öffentlich machen will, auch als PN zu schreiben, warum denn eigentlich. Weil mit einem Dislike kann ich halt leider nicht so viel anfangen. Und ich möchte ja schon auf Kritik auch reagieren können. Also, liegt es daran, dass ich vielleicht zu viel geflucht habe? Spiele ich das zu langsam, oder was? Woran liegt es? Ich wüsste es gerne. Also, wenn du das siehst, dann schreibe mir bitte. Ja, damit ich nicht dumm sterbe. Ja, du kannst mich ja nicht dumm sterben lassen, wer auch immer du bist. So, haben wir das auch geklärt. Also, ich habe nichts gegen Dislikes. Ja, ich wüsste nur gerne, ich hätte halt gerne ein bisschen konstruktive Kritik. Weil, der Channel ist ja, wie gesagt, noch jung und ich möchte mich auch verbessern. Ne? So. Und hier wird es schon wieder dunkel und ich... Spüre schon wieder so einen leichten... Ja. So ein leichtes Unbehagen. An mir... Oh nein. Uh. Das erinnert mich an irgendwas. Der erinnert mich an irgendwas. Der Typ... So etwas ähnliches habe ich schon mal irgendwo... Huch. So etwas ähnliches habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ich weiß noch gerade nicht mehr, wo. So, der sah so ähnlich aus wie irgendwas anderes, was ich schon mal gesehen habe. Ich weiß es nicht. Kann mich nicht mehr erinnern. Ka... Kommt mir auf jeden Fall bekannt vorher, als wenn ich das schon mal irgendwo... gesehen habe. Oh nein. Oh, das wird wieder dunkel. Ah. Ah. Oh, ich habe mich von meiner eigenen Kamera erschreckt. Gott. Nein, 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 nein. Ja, hier ist es komplett dunkel. Danke dafür. Ist hier das Piano? Kann ich selber spielen? Ja. Nein, kann ich nicht. Schade. Das wäre es ja jetzt. Oh! Was, was, was? Film, 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 Kino? Moment, da muss ich... So, hier ist es. Hier ist es. No trickery. No trickery? No trickery? No trickery. In June of 1943, you recorded three instances of spontaneous bleeding. Uh, half a dozen test subjects began to develop brain tumors? Yes. Yes. The autopsies revealed that the tumors were pure lead. It killed them? Can you explain why the results could not be reproduced in the United States? I have my theories. My homeland in those years. It's impossible to understand the things we felt. What we believed. The overwhelming fear. Ecstatic rage. English birds are insufficient. More than hope. A human mind in that environment is capable of extraordinary things. You're saying the experiment needed... A proximity to death. To overwhelming madness. Only a test subject who had witnessed enough horror was capable of activating the engine. Do you believe your test subjects achieved something supernatural? No. Do you think that they contacted something supernatural? Nothing is supernatural. Then what was it? You said project wallrider was a gateway. A gateway to what? Hmm. Na ja, wenn ich mir das andere Publikum hier so angucke... Das ist echt so ein Kunstfilm wieder gewesen, ja. Und das Publikum hat... Ja, die Reaktion ist mal ganz eindeutig hier. Ja, hier auch. Das, ähm... Ja, also was war jetzt hier? Notiz. Der Mann klingt wie Dr. Seltsams anemischer Bruder. Es ist eine 25 Jahre alte Tonaufnahme, ein Interview mit Dr. Wernicke. Los Alamos bedeutet Regierung. Wernicke spricht über spontane Blutungen, Tumore, psychosomatische Reaktionen bei bereits verhaltensgestörten Menschen. Er scheint auf einer Gratwanderung zwischen Wissenschaft und Mystik zu sein. Nur eine Versuchsperson, die genug Grauen erlebt hatte, war in der Lage, die Maschine zu aktivieren. Der morphogenetische Antrieb. Der Antrieb, den Filmen, denen sie zeigen. Er setzt sich in meinem Kopf fest wie der Ohrwurm eines Musikstücks. Ich blinzele und sehe Rohrschachttests, die wie ausschwärmende Insekten und infizierte Operationswunden aussehen. Die Patienten sprechen davon, den Antrieb zu benutzen und den Wallrider zu beschwören. Es ist das Summen. Ich höre es in meinen Knochen. Also hat dieser deutsche Arzt hier so eine Art KZ-Atmosphäre geschaffen, damit hier die Leute austicken und den Wallrider beschwören oder was? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass gleich was kommt. Tür zu. Bitte Batterien. Irgendwo. Irgendwo, bitte. Ein Telefon. Und da ist auch ein Freizeichen. Abscher, wenn du clever wärst, würdest du jetzt den Hörer in die Hand nehmen und versuchen zu wählen. Aber das machst du ja nicht, Abscher. Oh Gott. Ähm. Kann ich den aufmachen? Nee, kann ich nicht. Moment, jetzt habe ich mich wieder einmal zu viel gedreht. You have to find Wernicke. Okay, ich muss den Doktor finden. Den komischen Doktor, muss ich finden. Den KZ-Arzt. Ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee ist. Weil mit KZ-Arzten habe ich eigentlich normalerweise nicht so viel zu tun. Und würde es auch gerne vermeiden. Mit denen irgendwas zu tun zu haben. Ganz ehrlich gesagt. Hä? Achso. Was Dr. Brunton betrefft fleischfressende Bakterien. Wascht ihr schön regelmäßig die Hände? Zwinker Smiley. Am 19. September um 4.19 Uhr. Grant schrieb, nekrotisierende Faszelitis. Wirklich? Verdammt, ich kündige. Also nekrotisierende Faszelitis, das habe ich mal in der Dokumentation gesehen. Das ist irgendwie eine Bakterieninfektion an der Stelle einer Wunde. Und die führt dazu, dass ein quasi das Fleisch um die Wunde herum abstirbt. Und zwar wirklich alles. Also das frisst sich quasi durch den ganzen Körper dann durch. Und wenn das nicht gestoppt wird durch Antibiotika und so, dann stirbt man. Weil man von diesen Bakterien aufgefressen wird. Fleisch fressen sie Bakterien halt. Also das gibt es wirklich. Das haben die sich nicht ausgedacht. Ähm. Und das kann man sich sogar relativ leicht holen, indem man sich einfach nur irgendwie schneidet oder so. Also es hatte irgendwie so ein Typ, er ist irgendwie baden gegangen in Australien oder so. Hat sich da leicht verletzt dabei und hat dann fast sein ganzes Bein verloren oder so. Also da mussten richtige Brocken rausgeschnitten werden, damit das Bein gerettet werden kann. So. Und weil ich wieder so eine Horror-Story erzählt habe, kriege ich bestimmt wieder ein Dislike. Aber tut mir leid, das ist einfach so. Das existiert wirklich, ja. Das ist kein Quatsch, was die sich hier ausgedacht haben. Das ist wirklich. Okay, ist zu. Nekrotisierende Faszinitis. Das klingt schon so narkotisierend, so irgendwie wie so eine Krankheit. Nekrotisierende Faszinitis. Ist auch irgendwie so, hat auch so einen Ohrwurmcharakter, dieses Wort. Nekrotisierende Faszinitis. Kommt hierzu. Oh Gott. Mann, Mann, Mann. Ich warte ja nur darauf, auf den Moment, in dem ich wieder angesprungen werde von irgendwas. Ich warte ja nur auf den Moment. Es hat lange keinen... Oh. Es hat... Da ist eine Batterie. Es hat lange keinen Jumpscare mehr gegeben. Es wird langsam mal wieder Zeit für einen. Ach, ihr Wichser. Entschuldigung. Da habe ich wieder geflucht. Ach, Mann. Immer wenn ich sage, ey. Ich sollte vielleicht einfach die Klappe halten. Wirklich. Ähm, komme ich hier jetzt nicht rein? Warum nicht? Warum komme ich hier jetzt nicht rein? Muss doch hier rein, oder nicht? Eigentlich war es ja klar, weil da ist ja der Projektor drin. Irgendeiner hat den Projektor ja auch gestartet. Ach, das ist der Sack wahrscheinlich. Aber der läuft ja weg. Das heißt, keine Gefahr. Würde ich mal sagen. Tür zu kommen. Trotzdem Tür zu kommen. Ach, Abscher, du bist so behindert, ey. Wirklich. Du bist echt ein bisschen dumm, Abscher. Kann das sein? So ist Tür zu. Abscher. Echt. Also. Was soll ich nur immer von Abscher halten? Von seinen Aktionen, die er immer wieder abzieht. Ja, da ist die Batterie, die ich gefunden habe, auch schon wieder passé. Fall jetzt hier bitte nicht runter, Abscher. Bitte. Ach, Ende im Gelände, oder was? Und ich muss da rüber springen, das kannst du doch vergessen. Das wird doch nichts. Boah. Puh. Gut. Hat es doch funktioniert. Ich bin beeindruckt. Hier machen wir mal auch zu. Moment, Moment, Moment. Ich lade jetzt doch schon mal nach. Weil ich irgendwie das im Urin habe, dass wenn ich diesen Schlüssel nehme, irgendwas kommt. Neues Ziel, finde Vater Martin in der dritten Etage. Okay. Ähm. Moment mal, ich könnte mich doch einfach... Kann ich mich hier fallen lassen, irgendwie? Oh. Kann ich loslassen? Hä? Was? Das macht keinen Sinn. Warum hängt er sich denn dran, aber ich kann nicht loslassen? Hä? Ach, mit... Mit... Okay. Alles klar. Geht also doch. Was? Ähm. Fuck. Äh. Ich sehe nichts. Danke dafür. Ah. Ah. Wieso? Was denn? Was? Wo denn jetzt? Ich habe noch nichts gesehen. Das ist unfair. Ach, Mann. Scheiße hier. Sorry, dass ich fluche, aber das ist doch um unfair gewesen jetzt, oder nicht? Vielen Dank.